Servus, hallo und willkommen zu einem neuen Stadionvlog. Kann man es euch sehen dagegen? Chemnitz HFC. Ich laufe erstmal mit Julius alleine zum Stadion, weil Paul noch ein Spiel in Erfurt hat. Und er kommt dann auch noch dazu. Wir tippen jetzt. Julius, dein Spieltipp? Ich sage ein saftiges 2 oder 3-0. Also ich denke, es wird so ein schönes 2-1 für Jena. Ja, wir sehen uns dann im Stadion und tschau. So, heute geht es gegen Assoziankampions HFC. Man sieht da hinten, angemalt schon. So sieht auch unsere Tribüne aus, überall von hier nicht. Sieht auf jeden Fall übelst geil aus. Heute wird es. Heute geht es ab. Hochsicherheitsspiel endlich mal wieder. So, Juli und Eli haben schon getippt. Ich sage, 3-1 für Jena. HFC! Ich vermże, es geht jetzt. Und hier kommt sie zum ersten Mal auf der Welt. Hier hält sie die Mann und die Letzte. Die ist so passvoll. Die ist so passvoll. Also willst du mitmachen? Ja, kommt her aus. Oh, wie Ferranламss, oh wie Ferranass, wunderschöööööööööööfö crap! Denk an deine Aufgabe. Schaffst du? JEDER! Schaffst du? Ja, dein GeijFamme war. Ja, siehst du den Weg. Vielen Dank. 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 Ja. Ja. Wow. Ja. Oh. Ja. 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 Ich. Ja. 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 Da muss doch ein Spinnkick! Dicker! ...geworst? Ja, geil! Applaus Das ist ein menschmäßiger Fußball Eben was auf jeden Fall Top Fußball Wir steigen auf Oh 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 Warten am Stich Bis jetzt Ey F*** 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 Alter ihr seid wieder so F*** 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 FCK 10! Lauf der Freize! FCK 10! Laut der Freize! FCK 11! MAUKER FREIZ! FCK 11! MAUKER FREIZ! F-F-F-F-F-F-F-F-F-F! Ehh, das sieht in Korb! Digga, alter Julius... Lauf der Freize! FCK 11! F.C.K. Zeiss! Ab und! F.C.K. Zeiss, mein Verpasste Bier, ich bin mit mir, ich bin mit mir, mein Verpasste Bier, wir sind mit mir, F.C.K. Wang, F.C.K. Aus Sie so, Aus Sie so, Aus Sie so, Aus Sie so H.F.C.K. ein Das war gut! Jaaa! Pfeife ab! Schalalalalalalala! Pfeife! Jawoll! Ey! Du P***! Schalalalalala! So! Das wars mit dem Stadionvlog gegen den Chemnitzer FC. Wir haben leider kein ordentliches Ende mehr aufgenommen. Haben wir dann vergessen. Wir haben gewonnen. Natürlich ist man... Sind wir froh über den Sieg. Und freuen uns nächste Woche. Denn wir blenden euch jetzt mal ein Bild ein, was da abgeht. Ab 9 Uhr sind wir dort beim FCC Gelände. Und freuen uns auf das Spiel zur 120 Jahre Feier. Vom FC Carlsena gegen Babelsberg. Und in der levarst die